Pierre-Anton verließ an dem Tag die Schule, als er herausfand, dass nichts etwas bedeutet und es sich deshalb nicht lohnt, irgendetwas zu tun. Da wurde uns klar, dass wir Pierre-Anton wieder von Flammen waren. Lasst uns Steine nach ihm werfen. Ja! Fürchte, die heute etwa wollen nichts! Du sitzt da oben an dein Vater, der ab den Sechzigern feststeckt. Mein Vater steckt ihm gar nicht fest und ich auch nicht. Ich soll nicht. Du sitzt ein Nichts und wenn du nichts sitzt, weißt du etwas, das Nichts ist. Also Agnes, fällt es dir wirklich so schwer daran zu glauben, dass nichts etwas zu bedeuten hat? Falls ihr 80 werdet, habt ihr bereits 30 Lebensjahre verschlafen, habt kurz neun Jahre die Schule besucht und Hausaufgaben gemacht und knapp 14 Jahre lang gearbeitet. Da ihr schon mindestens sechs Jahre damit verbracht habt, ein Kleinkind zu sein und zu spielen und später noch mindestens zwölf Jahre damit verbringen werdet, sauber zu machen, Essen zu kochen und euch um eure Kinder zu kümmern. Bleiben euch noch höchstens neun Jahre zum Leben. Wir müssen Claire Anton eben beweisen, dass es etwas gibt, was etwas bedeutet. Sofort wussten wir alle, was zu tun war. Das Sägewerk stand dort, wo Thering aufhörte eine Stadt zu sein. Sollte abgerissen werden und einer Sporthalle Platz machen. Aber niemand rechnet er mehr so richtig mit dieser Sporthalle. Das Sägewerk war genau das, was wir brauchten. Nach und nach zieht uns allen irgendetwas ein. Etwas das. Bedeutung hatte. Bis zum nächsten Mal.